Es ist Feierabend, die Schweine sind am Ende ihrer Schicht. Ich reiße ihnen ihre Maske vom Gesicht, denn sonst erkennt man ihre hässliche Fresse nichts. Viele sitzen in den Medien, sie legen uns dreckig ins Gesicht. Nur die Wahrheit, die sagen sie uns nichts. Gesteuert von einer unsichtbaren Lobby. Sie zu bekämpfen, dazu reicht der normale Dumpfig-Rap nichts. Weil er den Blick im Schatten lässt und bringt ihn nicht ans Licht. Hier fehlt ein Schwergewicht, so wie Donald V. Ich reiße ihnen ihre Maske vom Gesicht. Verfluchte Kinder, Ficker, Medienlügner, korrupte Schweine. Die sind es, die ich meine. Doch unser krankes System hat sie an mit Glasierhandschuhen. Mit Glasierhandschuhen und der einfache Mann auf der Straße. Der fragt warum, doch keinen kümmert es. Warum, warum, warum ändert man das nicht? Durchleuchtet die Justiz, die Politik, da findet man sie auch. Verborgen durch unsichtbaren Rauch. Fragt euch, seid ihr geboren zur Verarschung. Macht die Augen auf. Denn wir sind das Volk. Wir sollten herrschen. Nicht die Schweine, die uns steuern. Hinter den Vorhängen, da geht es doch nur um Kohle. Du bist nicht dunkel genug, um das nicht zu verstehen. Wache auf und beginne zu sehen. Sie sind so gerissen, doch ihr seid nicht machtlos. Eure Waffe ist ein geändertes Bewusstsein. Hört auf mich, ich heiße Alfie. Damit haust du weg, das versiffte Schwein. Nachdenken, 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 nachdenken. Nachdenken, nachdenken. Schalt es rein. Ich bin одного bin. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020